Das ist der erste Stock, der Korridor und hier ist das Schlafzimmer. Schön. Danke. Ja, wirklich super. Und wo ist das Bett? Das Bett ist hier, dann die Verandatür, ein Tisch und ein Stuhl und hier ist das Büro. Der Computer im Schlafzimmer. Ist das eine gute Idee? Ja, ja. Hier ist eine Wand und der Computertisch ist hier. Das ist kein Problem. Und das Bücherregal? Die Bücherregale. Eins ist hier und eins ist dort. Und überall Poster und Bilder von Deutschland. Und wann ist das Haus fertig? Das ist eine gute Frage. Der Elektriker kommt morgen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.